Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf dem Kanal der FF-Fotoschule und ich weiß ganz genau, was du da draußen erwartest. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Viele der Videos, die sich um das Thema Olympus, also OM Digital Solutions, seit 01.01.2021 drehen, die haben wirklich hohe Abrufzahlen, die sind wirklich beliebt bei euch und ich möchte keinen Olympus-Kanal hier draus machen. Das hat viele gute Gründe. Wir machen Fotokurse und Fotoworkshops auch für alle anderen. Wir machen auch im Rahmen der Olympus Academy spezifische Olympus-Webinare und Workshops. Findest du auch wie immer über die Infokarte eingeblendet, aber wir machen eben auch viele Workshops und Reisen und Webinare. Die sind völlig unabhängig von der Kameramarke und das möchte ich gerne auch so beibehalten. Nichtsdestotrotz, ich selber bin Olympus Visionary, Olympus Markenbotschafter, Olympus Ambassador und heute möchte ich so ein bisschen was erzählen, was ich an meiner Pen F so liebe und was ich mir, wenn es denn jemals eine geben sollte, von der Pen F2 wünschen würde. Bleibt dran, das wird bestimmt spannend. Ich sag's mal ganz offen so. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern und die Community fordert es und wir alle wissen nicht, was OM Digital Solutions machen wird. Vor einiger Zeit sind die letzten neuen Pen F verkauft worden. Die ist nicht mehr im offiziellen Sortiment neu zu erhalten und trotzdem fordern ganz, ganz viele eine Nachfolger und ich finde mit gutem Grund. Und ich selber, ich sag's gerne dazu, ich weiß überhaupt nicht mehr als ihr, ich hab einfach mal so ein bisschen zusammengetragen, was ist eigentlich das, was ich an meiner Pen F mag, warum benutze ich sie und gleichzeitig auch versucht rauszuarbeiten, was wäre vielleicht etwas, wo OMDS, OM Digital Solutions noch was tun könnte, wenn es denn wirklich irgendwann und irgendwie eine Pen F2 geben sollte. Als erstes gucken wir mal drauf, was gefällt mir an der Pen F. Tja, da muss man mal als allererstes sagen, sie ist halt einfach stylisch. Sie ist ja so im klassischen Rangefinder-Stil aufgebaut, das heißt, man guckt nicht gerade hier oben da, wo der angedeutete Prismensucher von anderen Kameras ist oder bei manchen digitalen Spiegelreflexkameras eben auch der Prismensucher tatsächlich da oben ist dadurch, sondern man guckt hier seitlich in so ein Loch. Für mich ist das wunderbar. Ich gucke beim Fotografieren sehr gerne mit dem linken Auge. Ich weiß aber, dass es sehr viele Liebhaber gibt, die super gerne mit dem rechten Auge gucken und dann in der Kamera vorbeigucken. Das geht bei mir nicht ganz so gut. Ich kann nicht sagen, warum, aber bei mir ist es tatsächlich so, dass das linke Auge das ist, was besser durch die Kamera durchgucken kann. Das heißt, ich mag es schon mal als allererstes, dass sie so diesen Rangefinder-Style hat und sie so ein bisschen wie eine Messsucherkamera aussieht. Manche würden vielleicht sagen, das ist ein bisschen wie eine Leica. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Wobei, ich greife mal hinter mich. Kleinen Moment. Wenn ich mir jetzt hier so die Leica 3B dazu angucke, dann ist vielleicht doch auch ein ganz kleines bisschen was Wahres dran. Aber wie dem auch sei, Rangefinder-Kamera, also Messsucherkamera-Design zumindest. Sie hat keinen wirklichen Messsucher, sondern sie hat einen LCD-Bildschirm da, wo der Sucher ist. Also einen elektronischen Viewfinder. Ich mag es, dass sie gut aussieht. Ich finde, sie sieht einfach erstklassig aus. Ich mag tatsächlich auch das silberne Gehäuse hier. Ich weiß, dass es ganz, ganz viele Diebhaber gibt der schwarzen Variante. Ich finde das silberschwarz hier sehr, sehr schön. Ihr seht es vielleicht. Ich habe hier den optional erhältlichen Handgriff dran montiert, damit sie ein bisschen besser bei mir noch in der Hand liegt. Aber ich mag es einfach, wie sie aussieht. Ich finde, sie hat einfach einen guten Style. Sie macht eine gute Figur. Und sie sieht nach einer Kamera aus, die für Ästheten gemacht ist. Das muss man ganz klar sagen. Ich mag es, dass man so wahnsinnig viele Bildlooks einstellen kann. Bildlooks ist ja ein Thema, was man immer wieder im Zusammenhang mit Fuji hört. Und ich frage mich eigentlich, warum trommeln wir bei Olympus nicht mehr auf den Busch und sagen, Achtung, die Kamera, wo man wirklich Bildlooks extremst feinfühlig und gezielt einstellen kann. Das ist eigentlich die Pen F. Denn ihr habt hier vorne so ein Dial, also so ein Auswahlrad, was fünfstufig ist. Drei, vier, fünf, genau. Wo ihr unterschiedliche Farbstile, Schwarz-Weiß-Looks, Farblooks und so weiter einstellen könnt. Ich habe mal gehört, dass jemand ausgerechnet hat, dass es über vier Millionen Möglichkeiten sein sollen, den Farblook der Pen F zu beeinflussen. Das ist vielleicht eher sogar ein bisschen overdone. Aber ich mag es tatsächlich, dass ich direkt in den JPEG schießen kann, was einen richtig schönen Look hat. Und das gefällt mir auch sehr gut an meiner Pen F. Sie ist, kann man ganz klar sagen, meine Street-Fotografie-Cam. Das heißt, ich habe sie immer dabei, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, und zwar für die Street-Fotografie. Das heißt, ich habe sie immer dabei, wenn ich auf der Straße bin, bin ich auf der Straße bin. Das heißt, ich habe sie immer dabei, wenn ich auf der Straße bin, bin ich auf der Straße bin. Ich habe sie immer dabei, wenn ich auf der Straße bin, bin ich auf der Straße bin. Ich habe sie immer dabei, wenn ich auf der Straße bin, bin ich auf der Straße bin. Sie ist, kann man ganz klar sagen, meine Street-Fotografie-Cam. Das heißt, ich habe sie immer dabei, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, und zwar für die Street-Fotografie. Und wie gesagt, sie ist neu nicht mehr erhältlich, aber es gibt, glaube ich, einen ganz, ganz guten Gebrauchtmarkt dafür. Die Kameras sind nicht richtig billig. Die sind im Preis nicht so gefallen wie vielleicht andere digitale Kameras. Aber dafür bekommst du eben auch nach wie vor ein wirklich schön designtes Stück. Ihr seht es vielleicht auch so ein bisschen, meine hat auch so ein paar Macken. Die ist hier schon ein paar Mal runtergefallen. Das heißt, hier oben zum Beispiel, ich kann keine Videos mehr starten, zumindest nicht über den Videoaufnahmeknopf, weil der nämlich hier eingedellt ist. Zu dem Thema Video sage ich nachher noch was. Das ist tatsächlich auch nicht mein Anwendungsfall für die PenF. Insofern ist das mir in diesem Fall tatsächlich völlig egal. Ich habe sie nie zum Service geschickt und gesagt, könnt ihr sie vielleicht doch nochmal reparieren. Weil ob man die Videofunktion starten kann oder nicht, ist für mich bei meiner PenF erst mal irrelevant. Wir haben einen 20 Megapixel Sensor. Wir haben ganz guten Funktionsumfang. Und wir haben eben eine sehr schöne Style, eine modern aussehende und trotzdem stylische Kamera. Und wir haben eben eine Kamera, die es erlaubt, direkt wunderbare JPEGs aus der Kamera zu bekommen. Und was ich mir wünschen würde, weil es mir an der PenF, die ich jetzt hier habe, so ein kleines bisschen fehlt, ist als erstes, ich sage das mal ganz offen, ein neuer Sensor. Nun sagt ihr wahrscheinlich, Frank, was heißt neuer Sensor? Das ist doch ein 20 Megapixel Sensor eingebaut. Ja, ich weiß. Aber wenn wir uns mal die Sensorentwicklung der letzten Monate, vielleicht auch der letzten zwei Jahre, aber insbesondere auch der letzten Monate angucken, dann sehen wir einfach, dass es Sensoren gibt, die ein anderes Format haben als Microferserts. Aber die auf den Markt kommen, in gelaunchten Kameras, die einfach wesentlich mehr Dynamikumfang haben, die mit neueren Technologien ausgestattet sind und so weiter. Also ich würde, wenn es jetzt einen Nachfolger geben sollte, irgendwann mir einfach wünschen, dass eine modernere Sensorarchitektur verbaut ist und dazu vielleicht auch noch ein etwas leistungsfähigerer Prozessor, der ein paar Dinge ermöglicht, zu denen ich gleich noch kommen möchte. Ich wünsche mir auf alle Fälle ein Weather Sealing, also eine Abdichtung gegen Spritzwasser und Staub. In diesem Fall ist es nämlich so, die PenF, die, jetzt sage ich mal, in diesem Fall Ur-PenF in digital, die ist eben nicht Spritzwasser und Staub geschützt. Ich bin damit natürlich jetzt auf der Straße trotzdem auch im Regen unterwegs. Es ergibt für mich auch gar keinen Sinn, nur weil eine Kamera nicht offiziell Spritzwasser und Staub geschützt ist. Jedes Mal, wenn es ein paar Tröpfel runterkommen vom Himmel, sofort reinzugehen oder die Kamera in die Tasche zu tun. Aber nochmal, sie ist nicht offiziell Spritzwasser und Staub geschützt. Das wünsche ich mir einfach von einem potenziellen Nachfolger. Ich wünsche mir auf alle Fälle, neben dem Custom Setting, wir haben ja hier oben auf dem Hauptwahlrad, also da oben, wo ihr auch den Bildmodus einstellt, also den Modus, in welchem ihr fotografiert, haben wir hier vier Custom Settings. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, weil mein Wunsch ist, mehr Custom Settings. Frank, sag mal, bist du verrückt? Wozu brauchst du mehr Custom Settings? Da sage ich, ja, ich möchte gar nicht hier oben so sehr Custom Settings. Ich möchte eine Schnellzugriffmöglichkeit für von mir vordefinierte Bildlooks. Denn wenn ich hier vorne was eingestellt habe, also hier gesagt habe, Achtung, ich hätte gerne folgenden Look und habe aufwendig in einem, beispielsweise hier in so einem Farbkreis rumgehühnert. Ich gucke mal, ob ich das hier, ich halte hier mal ein bisschen zu, dann seht ihr ihn besser. So, habe ich hier aufwendig in dem Farbkreis rumgehühnert und die Linien verstellt. Dann würde ich mir wünschen, dass ich das irgendwie abspeichern kann. Und zwar nicht nur, indem ich hier vorne an dem Wahlrad einmal drehe und dann komme ich da wieder hin, wo das abgespeichert ist, sondern indem ich schlicht und ergreifend mehrere dieser Kombinationen abspeichern kann. Denn dasselbe gilt für diesen hier, für hier diese Auswahlmöglichkeit der Looks. Auch da kann ich eben diesen einen, auf den kann ich immer wieder zugreifen. Wenn ich ihn eingestellt lasse, aber sobald ich ihn verstelle, ist der halt weg. Und machen wir uns jetzt vor, manchmal stellt man sich irgendwelche Looks ein, egal ob in schwarz-weiß oder hier in den Farbkreisen und sagt, okay, da habe ich mir jetzt was konfiguriert, das hätte ich jetzt gerne aufrufbar und zwar immer wieder. Das geht natürlich hier oben im Zweifel auch über die Custom Settings, aber eben nur viermal. Und da würde ich mir sowas wünschen wie einen Schnellgriff-Zumenü oder besser noch eine Taste, wo ich draufdrücken kann. Und dann kann ich mit dem einen der Wahlräder hier oben sofort da durchgehen und sagen, okay, da sind meine zehn Looks, die ich abgespeichert habe. Welchen möchte ich? Oder irgend so etwas. Vielleicht kann ich sie sogar noch benennen. Das wäre natürlich der Goldstandard. Aber das ist etwas, was ich mir unbedingt wünschen würde. Also mehr Speichermöglichkeiten. Nicht über die Custom Settings. Da sind vier mehr als ausreichend. Sondern irgendwo separat die Farblooks abspeichern können. Das fände ich wunderbar. So this is what it means to be living in darkness. I didn't know you were the red inside my mind. No, I couldn't even tell if your shoes are yellow. Or if the sun had painted everything the same. No, colorize, colorize. One kiss was all it took. Colorize, colorize. The oldest trick in the book. Colorize, colorize. I see the love in your eyes so clearly now. For the first time, yeah. Ich persönlich wünsche mir die Gesichtserkennung der EM1 Mark III. Ich benutze die Kamera auf der Straße. Das heißt, ich möchte im Zweifel bei der Straßenfotografie, bei der Streetfotografie schnell mal irgendwie scharf stellen können. Und zwar in der Regel auf ein Gesicht. Und da würde ich mir die sehr schnelle Zugriffsmöglichkeit des Autofokus, der Gesichtserkennung der EM1 Mark III wünschen. Und auch die Präzision, was das betrifft. Das wäre einfach sehr, sehr schön. Und was ich mir noch wünsche, ist auf der Rückseite der Joystick. Ihr wisst es, ich bin Joystick-Fetischist, hätte ich fast gesagt. Aber ich mag es, wenn hier, ich weiß, dass hier der Platz nicht so richtig ideal dafür ist. Ja, weil hier liegt natürlich mein Daumen. Aber da müssen wir eine andere Lösung für finden. Ich mag es bei der EM1 Mark III und auch bei der EM1X, dass es hier oben Joystick gibt. Der muss dann irgendwie anders angeordnet sein. Oder von mir aus auch hier vorne. Ja, also hier, wo das jetzt hier ist, diese Wahlmöglichkeit für die Luxe. Oder hier, wo der zweite Finger sitzt. Egal wo, irgendwo einen Joystick, um einfach noch schneller durch bestimmte Dinge durchnavigieren zu können. Das wäre auch etwas, was ich mir sehr, sehr wünschen würde. Natürlich gibt es auch Dinge, die ich nicht brauche. Und wo ich sagen würde, okay, das sind Dinge, die braucht man in der Pen F, in der potenziellen Pen F Mark II nicht. Und da gucken wir jetzt mal drauf. Das wäre zum einen für mich persönlich High-Res aus der Hand. Nun könnt ihr sagen, okay, Frank, das ist ja auch ein Luxusproblem, was du da hast. Du nimmst die Kamera ausschließlich für die Street-Fotografie. Bei mir wird das vielleicht die Universalkamera. Ja, wenn das eine Universalkamera wird, dann ist es vielleicht das falsche Modell im Olympus-Sortiment. Also so eine Universalkamera, würde ich immer sagen, ist vielleicht eher eine EM1 Mark III oder auch eine EM5 Mark III. Aber ich persönlich brauche den High-Res aus der Hand nicht, weil auf der Straße möchte ich damit nicht fotografieren. Ich möchte auch keine riesen Datenmengen erzeugen. Denn es ist meine, nicht Point-and-Shoot-Kamera, aber auf alle Fälle meine Kamera, mit der ich oft Spaß haben möchte beim Fotografieren. Von mir aus auch auf privaten Feiern und sowas, aber eben nicht beim, ich sag mal, bei der Slow-Photography irgendwo in Island am Wasserfall. Da möchte ich die gar nicht so benutzen. Und deswegen brauche ich auch den Live-ND-Filter nicht. Ich brauche in gar keinem Fall irgendwelche aufgeblasenen Videofunktionen. Jetzt habt ihr schon gehört, ich kann das Video über den Videoklopfen, den wir starten. Also da könnt ihr schon sehen, ich drehe damit kein Video. Aber ich höre natürlich den Wunsch nach einem Mikrofoneingang, einem Kopfhörerausgang und all diesem, was für professionelles Video eigentlich unabdingbar ist. Da sage ich wieder, wenn ich professionell Video drehen möchte, im Olympus-Sortiment, ist es nicht die richtige Kamera. Ich finde sie auch als Videokamera, ja, also ich würde sie nicht als Videokamera benutzen wollen. Deswegen aufgeblasene Videofunktionen bräuchte ich persönlich nicht. Was ich auch nicht bräuchte, wäre Autofokus-Hokus-Pokus. Also Objekterkennung wie in der EMA1X und all so ein Kram, ne, nicht für mich. Da wüsste ich nicht, wozu das in der Pen F notwendig wäre, in einer potenziellen Pen F2 oder von mir ist auch per Filme-Update in der Pen F4, ist etwas, was ich wirklich nicht brauche. Jetzt möchte ich mal ganz kurz vielleicht eine Zwischenfrage an euch da draußen stellen. Wenn ihr irgendwie sagt, okay, ich habe auch so Punkte, die wünsche ich mir unbedingt von einem potenziellen Nachfolger oder ich habe so Punkte, die brauche ich in gar keinem Fall. Ey, benutzt die Kommentarfunktion, dafür ist sie da. Vielleicht finden wir ein schönes Meinungsbild zusammen, wir alle. Und zwar ein Meinungsbild, was dafür sorgt, dass wir vielleicht sogar jemanden haben von OMDS, der da mitliest und sagt, ah, guck mal hier, da sind viele Dinge zusammengetragen, was so der deutschsprachige Raum sich von einem potenziellen Nachfolger wünschen würde. Vielleicht hilft das ja, da könnt ihr super, super gerne mitwirken. Und mich interessiert das sowieso, wie ihr darüber denkt. Insofern super gerne einfach die Kommentare benutzen. Jetzt wollen wir noch darauf zu sprechen kommen, wie ich die Pen F nutze und wie ich sie auch einem potenziellen Nachfolger benutzen würde. Also wofür ist sie meine Kamera? Und dann habe ich gesagt, okay, ich fotografiere damit auf der Straße, das ist natürlich nicht alles. Aber als erstes gucken wir mal darauf, wie ist meine Lieblingskombi so. Meine Lieblingskombi ist tatsächlich die Kombination aus der Pen F mit einer kleinen Festbrennweite. Das ist hier das 17mm Blender 1.8. Aber es ist genauso okay, finde ich, mit dem 12mm 2.0 oder auch mit dem 25mm 1.8. Also die kleinen Prime-Festbrennweiten aus dem Olympus-System. Ich finde, das sind die passenden Brennweiten und die passenden Objektive hierfür. Weil die Kamera behält ihren Style, ohne dass hier vorne so ein riesiges Zoom-Objektiv dran klebt. Sie behält ihren Style und gleichzeitig behält sie so diesen Rangefinder-Mythos von ich fotografiere ganz bewusst mit einer Festbrennweite. Wenn du sagst, ah, Festbrennweite ist überhaupt nichts für mich, dann würde ich sagen, okay, das einzige Zoom-Objektiv, was ich noch für halbwegs vernünftig daran halten würde, wäre vielleicht das 12-45 Blende 4.0. Das geht auch noch von der Größe. Alles, was größer ist, würde ich vor die Pen F diese und auch vor einem möglichen Nachfolger nicht davor schreiben. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist das angekündigte 10mm Laowa. Ein 10mm-Objektiv von Laowa mit Autofokus. Wenn du dir dazu ein Review wünschst, schreib es unbedingt in die Kommentare. Denn auch das wissen viele, ich bin auch Laowa-Ambassador. Und ich warte sehnsüchtig darauf, dass ein Objektiv nach Europa kommt und ich das testen kann. Und wenn wir so ein bisschen Druck aufbauen, dann hilft das auf alle Fälle. Und sobald ich es habe, ich verspreche euch das, wird es hier ein Review geben, weil es einfach ein bestimmt geiles Objektiv ist, weil die 10mm noch ein bisschen weit weniger geringer sind als die 12mm. Und gleichzeitig, als das erste Laowa-Objektiv ist mit Autofokus für Microferserts, auch das finde ich ganz faszinierend. So, ich benutze die Pen F und würde einen potenziellen Nachfolger auch benutzen als Schmuckstück. Als Schmuckstück, mit dem man Fotos macht. Als Accessoire würde man wahrscheinlich neudeutsch sagen. Als etwas, was man eben dabei hat, weil es gut aussieht, weil es stylisch ist und was man eben gut zum, ich sag mal, Sonntagsausflug benutzen kann. Oder um auf Familienfeiern was zu dokumentieren und zu fotografieren. Für all diese Dinge finde ich die Pen F auch wunderbar, weil sie sieht natürlich auch so ein bisschen, ich habe es vorhin schon mal hier gezeigt, sie zeigt analog aus, also so, sie sieht so ein kleines bisschen analog aus und sie sieht auch so ein kleines bisschen unscheinbar aus. Sie ist deutlich größer als hier die 3B, aber das ist unter anderem auch dem Handgriff, den ich da dran habe, geschuldet, sonst kommt sie nur ein ganzes Stück weiter runter. Und sie wirkt halt nicht so aufdringlich, als wenn du mit einer riesigen Kamera auf Tante Gerdas Geburtstagsfeier auftauchst und mit so einem 70-200 und einer riesen Kamera versuchst, da Fotos zu machen. Und der Spiegel klackert die ganze Zeit. Also auch das ist hier natürlich so, dass es man einfach dezenter fotografieren kann, was ich sehr, sehr schön finde. Wofür würde ich die Kamera nicht benutzen? Ich persönlich würde sie nicht benutzen in der Landschaftsfotografie. Da finde ich, gibt es deutlich bessere Wahlen im Sortiment von Olympus. Unter anderem eben benutze ich in der Landschaftsfotografie überwiegend die EM1 Mark III, aber auch die EM1X. Ich würde sie nicht benutzen bei der Tierfotografie, weil sie hat nicht die allerhöchste Serienbildgeschwindigkeit. Der Autofokus ist nicht der allerbeste. Er ist halt einfach eine Generation älter als in den aktuellen Modellen der 1er-Reihe. Und insofern, dafür würde ich sie im Zweifel auch nicht benutzen. Und ich würde sie in keinem Fall für Videoprojekte benutzen. Aber wie gesagt, eine stylische, schöne kleine Kamera zum immer dabei haben und um eben auch, ja, ich sag mal, bewusst mit Spaß in der Freizeit und entspannt und vielleicht auch zu Entspannung zu fotografieren. Das ist auf alle Fälle die Pen F. Und wenn du gebraucht irgendwo so ein Schmuckstück bekommen kannst und sagst, okay, das könnte was für mich sein, nach dem, was du mir so erzählt hast, Frank, dann denke ich, wäre das eine ganz gute Wahl für dich. Sie ist natürlich sowohl neu gewesen als auch gebraucht deutlich billiger als alles aus dem Hause mit dem roten Punkt. Du weißt es. Und sie ist so ein bisschen flexibler als, ich sag mal, die Fuji 100-Serie mit festem Objektiv. Das ist eben so das, was ich sage, das ist hier noch ein kleines bisschen schöner, weil ich kann eben im Zweifel das Objektiv wechseln, wenn ich doch eine andere Brennweite benutzen möchte. Ich hoffe, es ist so ein kleines bisschen deutlich geworden, wie ich die Pen F benutze. Das muss überhaupt nicht heißen, dass du sie so benutzt. Wenn du was ganz anderes damit machst und sagst, okay, das ist meine Unterwasserkamera, ja, also mit der Pen F fotografiere ich nur unter Wasser. Und wenn du sagst, nee, nee, alle Sportveranstaltungen, die ich jemals besucht habe, habe ich mit der Pen F fotografiert oder was auch immer, schreib es in die Kommentare. Lasst uns einen Austausch dazu finden zum Thema Pen F und schreibt, wie gesagt, auch super gerne deine Wünsche, deine Potenziellen. Falls es jemals einen Nachfolger geben sollte, der nicht angekündigt ist und der auch nicht absehbar ist, schreibt trotzdem super gerne deine Wünsche in die Kommentare, denn mich interessiert das wirklich brennend. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Wenn du Bock hast, hier den Kanal zu unterstützen, dann gibt es hier relativ neue Kanalmitgliedschaften. Das bietet dir diverse Vorteile. Guck doch super gerne in der Videobeschreibung noch mal dazu rein. Das ist wirklich etwas, womit du mich unterstützt, gleichzeitig aber auch richtig geile Benefits bekommst, unter anderem ein Live-Webinar mit mir. Und da kannst du ohne jeden Zweifel mit mir ganz, ganz sicher eine Menge lernen. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, geh raus fotografieren und dann immer schön daran denken, wir zwei, wir sehen uns wieder.